Ehe ist nicht, Ehe wird, alles ist nur perfekt, nein, vergesst es, Ehe ist eben nicht perfekt und wird nie perfekt sein, denn perfekt heißt das Fertige, Vollkommene, Vollendete. Und jetzt stehen wir am Anfang. Elisabeth, ich nehme dich heute an als meine Frau, weil ich mich liebe und achte, mein ganzes Leben gemeinsam mit dir verbringen will. Ich will alles tun, dir ein guter Mann und Matthias, ein guter Vater zu sein. Nimm diesen Ring, nimm diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Christoph, ich nehme dich heute an als meine Mann, weil ich dich liebe und achte und mein ganzes Leben mit dir gemeinsam verbringen will. Ich will alles tun, dir eine gute Frau und Matthias eine gute Mama zu sein. Nimm diesen Ring als Zeichen meiner Liebe und Treue. Ich will alles tun, dir eine gute Frau und Treue. Ich will alles tun, dir eine gute Frau und Treue. Ich habe gemeinsam eine Familie gegründet mit dem Matthias und ich hoffe, dass noch ein paar Geschwisterlern dazukommen. Das wäre schon nett, natürlich nicht. Und eine intakte Familie zu haben, und da sind wir es alle einig, ist natürlich das größte Glück auf der Welt. Es ist auch das höchste Gut, was wir zu schützen haben. Und es ist auch die Kraftflege. Alles Unternehmen, das ist gut. Und es ist auch die Kraftflege. Und es ist auch die Kraftflege. Das war's für mich. Das war's für mich.